Ich habe Jahrgang 1958 und darum sind die Massnahmen auch für mich einschneidend. Als aktiv Versicherte finde ich es aber besser, wenn die Arbeitgeber und Arbeitnehmer höhere Sparbeiträge zahlen, als einfach langfristig auf hohe Zinsen und auf einen hohen Umwandlungssatz zu hoffen. Im Namen aller Arbeitgebervertreter möchte ich betonen, wie wichtig die Zukunft der beruflichen Vorsorge ist. Die beschlossenen Änderungen führen zu einer taurenden Mehrbelastung der Arbeitgeber von rund 2,3% der versicherten Löhne. Und das zugunsten der individuellen Sparguthaben der Arbeitnehmenden. Eine sichere und faire Vorsorgenlösung ist uns das wert.